Hallo, ich bin Anne Osterland, ich habe Agrarökologie studiert und Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement und 13 Jahre Gartenpraxiserfahrung. Heute rede ich über naturnahes Gärtnern, das heißt man fördert die biologische Vielfalt, Stoffkreisläufe und den Bodenschutz. Durch den Klimawandel gibt es öfter mal eine Frühsommertrockenheit, die länger anhält, da müsste man dann viel gießen und beim naturnahen Gärtnern ist es so, dass der Boden ziemlich stark bedeckt ist und über das ganze Jahr am besten. Wie man hier sieht, ist hier eine Wiese und die ist fast ganzjährig bewachsen. Dadurch muss man auch weniger gießen. Darunter vermehren sich Regenwürmer und bauen Humus auf. Humus ist näherstoffreicher Boden. Hier sieht man auch eine biologische Vielfalt. Hier drumherum hier zum Beispiel ist die sind Himbeeren. Hier ist Rhabarber und Tobinambur auch noch. Und an der Grenze hier sind viele Obststräucher. Die Obststräucher, wenn die geschnitten sind, dann kann dieses Schnittgut auf das Gemüsebeet bzw. in diese Hügelbeete rein. Das sind Hügelbeete. Und somit haben wir einen gewissen Stoffkreislauf im Garten. Und hier sieht man auch nochmal ein schönes Anbausystem. Das kommt aus Südamerika. Da sieht man Mais, wo dann später Bohnen hochranken. Und darunter wächst Kürbis. Und der Kürbis hat breite Blätter. Dadurch wird der Boden beschattet, bleibt krümelig, man muss auch nicht so viel gießen und kaum jäten. Dies ist ein Garten in einer Kleingartenanlage. Da muss man sich natürlich an die Gartenordnung halten. Und es ist auch erfreulich für die Gartennachbarn, wenn man den Zweikaufen für Insekten ein bisschen versteckt hat. Und auch wenig Pflanzen hart mit Flugsamen. Weil die ja dann zu den Gartennachbarn fliegen könnten. Hier ist ein Garten, den ich übernommen habe. Man sieht viel Rasen. Und da habe ich Bäume gepflanzt, Obststräucher gepflanzt. Dieses Foto ist von 2020. Und hier habe ich auch eine Wasserstelle. Das ist auch immer ganz gut für Vögel und Insekten. Und auch Bienen. Das ist so ein Maurerkübel. Das ist die rechte Seite von dem Garten. Hier sieht man auch viel Rasen. Und hier habe ich halt dieses Wiesenbeet angelegt und auch noch mal Rhabarber gepflanzt. Und um dieses Beet habe ich einen Spatenbreiten und Spatentiefen Graben gezogen. Da drin sind Zweige und da drüber Rindenmulch, den man so kaufen kann. Dann habe ich auch diese Gehölzzweige noch mal verwendet. Und nachts ungefähr zwei Jahren wächst dann auch erst Gras drüber. Ich erzähle was über die Verbesserung des Bodens, Pflanzen, die spezielle Ansprüche haben. Dann über den bodenschonenden Pflanzenschutz und wie man Insekten und Vögel fördert. Es zu wissen, welche Bodenart man hat, ist wichtig. Die kriegt man raus, indem man eine Handvoll Boden nimmt, den feucht macht, eine Wurst rollt. Und wenn die Bleistift dick wird und hat kaum Risse, dann ist da viel Ton drin im Boden. Ton hat folgende Vorteile. Er speichert Nährstoffe, Wasser auch ganz gut, ist aber ziemlich hart und lässt sich schwer bearbeiten. Da kann man halt Sand unterarbeiten oder man baut sich Hügelbeete oder Hochbeete. Wenn diese Wurst, die man gerollt hat, ganz viele Risse bekommt und kaum zu einer Wurst wird, dann hat man viel Sand im Boden. Sand lässt sich sehr gut bearbeiten. Kartoffeln wachsen sehr gut im Sand und Wurzelgemüse. Bloß leider hält er Feuchtigkeit und Nährstoffe weniger gut als der Tonboden. Deswegen, um diesen Sand aufzupeppen, kann man halt Zweige einbringen. Besonders beim Tomatenbeet ist das gut. Die Tomaten mögen gerne Feuchtigkeit und die zwei gehalten diese Feuchtigkeit. Man kann auch Bentonit kaufen, das sind so Tonteilchen, wodurch auch mehr Wasser gehalten wird und Nährstoffe gehalten werden. Bloß Bentonit ist sehr teuer, das kann man nur auf kleinen Flächen machen. Schluf ist eine Mischung aus Sand und Ton und dann gibt's auch noch Lehm, der ist eine Mischung aus Sand, Schluf und Ton. Zur Verwässerung der Böden kann man auch noch Kompost einarbeiten oder man tut Mulch auf den Boden. Mulch ist totes organisches Material. Da gibt's ja auch zum Beispiel Rindenmulch zu kaufen und den kann man gut einbringen bei Gehölzen, Kräutern, aber bitte nicht bei Gemüse, weil der wachstumshemmende Stoffe enthält. Man kann auch 15 Gramm Hornmehl je Quadratmeter Rindenmulch ausstreuen, dann wird dieser Pflanzennährstoff Stickstoff wieder gut aufgenommen durch die Pflanzen. Eine weitere Verbesserungsmaßnahme ist das Einarbeiten von grünen Düngungspflanzen und wenig umgeraben, baut indirekt auch die Humusschicht auf, weil man dann die Regenwürmer nicht zerstückelt, die ja Tonhumuskomplexe bilden. Man kann auch Rasenschnitt benutzen und den auf dem Boden aufbringen, dann nur zwei Zentimeter dick, sonst fault das und das lockt Schnecken an. Durch Mulch erreicht man eine gleichmäßige Temperatur und eine höhere Temperatur im Boden. Das ist gut bei Temperaturschwankungen draußen, freut dann aber auch die Wühlmäuse. Das heißt, es ist wichtig, den Mulch nicht zu dick auf den Boden aufzutragen. Und in Trockenzeiten, besonders bei Sandboden lohnt sich auch Mulch, da hält ja auch die Feuchtigkeit im Boden. Das ist so wie eine Anti-Verdunstungsschicht. Weiterhin ist es gut zu wissen, welchen pH-Wert der Boden hat. Es gibt im Baumarkt pH-Wert-Messgeräte. Die sehen so grün aus mit zwei Stäbchen und dann steckt man die in den Boden und dann, wenn zum Beispiel ein Wert über 7 angezeigt wird, dann ist der Boden basisch und wenn ein Wert unter 7 angezeigt wird, dann ist der Boden sauer. Die meisten Gemüsepflanzen mögen einen pH-Wert zwischen 6 und 7. In diesem Bereich findet auch sehr gut eine Bodenaktivität statt und da kommt es auch zur Humifizierung, also zur Humusbildung. Wenn man einen guten pH-Wert erreicht hat, dann braucht man nur noch alle zwei bis drei Jahre kalken. Das Bayerische Landesamt für Weinbau und Gartenbau gibt Infos zur Bodenprobenentnahme auf den Internetseiten und auch Infos zu den Adressen der Bodenlabore. Wenn man dann seine Bodenproben dahin schickt, dann kriegt man per Post zurück, was für Nährstoffe man im Boden hat und was man dann noch verbessern könnte und wie man das machen könnte. Beim Gemüsebeet kann man auch die Fruchtfolge planen, weil für einige Gemüsearten muss man Anbaupausen einhalten, sonst kommt es zum vermehrten Wachstum von bodenwürdigen Schaderregern. Das trifft bei Erbsen zu, bei einigen Kohlpflanzen auch. Und wenn man vorher schon merkt, man hat ganz viele Nematoden im Boden, das sind so kleine Würmchen, die werden so einen halben Zentimeter groß, sehen so hellbraun aus. Ja, wenn man die im Boden hat, dann kann man vorher noch Studentenblumen und Ringelblumen säen. Und wenn die dann wachsen, scheiden die Stoffe aus bei den Wurzeln und die töten dann die Nematoden. Weil die Nematoden fressen an Gemüsewurzeln herum. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, man steht hier vor diesem Beeten, das sind drei Stück. Eins, zwei, drei. Und dann guckt man im ersten Jahr, baut man links Starkzera an. Das sind Pflanzen, die viele Nährstoffe brauchen, wie Kohlgewächse zum Beispiel oder Kürbisgewächse. Und beim zweiten Beet im selben Jahr kann man Mittelzera anbauen. Die brauchen mittelmäßig Nährstoffe, das sind Zwiebeln und Möhren. Wobei man auch die Zwiebeln und Möhren zusammen auf einem Beet anbauen kann. Und in der Rille, wo die Möhrensamen sind, kann man auch noch Dill reinsehen. Das erhöht die Keimung von Möhren, also dass sie dann schneller keimen. Bei dieser Stelle kann man Schwachzera anbauen. Die brauchen wenig Nährstoffe. Dazu gehören alle Hülsenfrüchte zum Beispiel, also Erbsen und Bohnen. Im nächsten Jahr rotiert das System nach rechts. Und im dritten Jahr wieder einen nach rechts. Wenn man jetzt ab September keine Kulturpflanze mal anbauen möchte, ist es gut, den Boden über Herbst und Winter mit Pflanzen bedeckt zu haben. Da kann man schnell wachsende Gründüngungspflanzen nutzen. Das Saatgut gibt es auch zu kaufen im Baumarkt. Und da empfiehlt es sich, bei Sandboden Phacelia zu nutzen. Diese Pflanzen blühen blau. Das sind auch eine gute Bienenweide. Und auf Lehm- oder Turnböden kann man auch Buchweizen aussehen. Der hat breite Blätter und dadurch hat man wenig Wildpflanzen auch. Und der bedeckt schon den Boden, hält den Boden krümelig, locker und feucht. Und wie gesagt, der bedeckt den Boden im Herbst und Winter. Das heißt, durch Starkregen können kaum Nährstoffe ausgewaschen werden. Und Stürme zerstören nicht so sehr diese Bodenstruktur. Wenn man keine grünen Düngungssaatgut hat, dann kann man auch die Wurzeln von Erbsen im Boden lassen. Die Wurzeln verrotten ein bisschen und dann geben sie Stickstoff frei, weil die Erbsen Stickstoff aus der Luft an der Wurzel sammeln. Hier sieht man auch, wie die Erbsen hier so rumliegen. Und ein bisschen Gras-Schnitt hier als Mulch sieht man noch. Wenn man einige Pflanzen schon hat und die zeigen Schäden, dann kann man auch mit speziellen Düngern düngen. Zum Beispiel wenn Äpfel schwarze Punkte haben, dann kann das sein, dass das die Apfelstippe ist. Das heißt, die Apfelpflanze hat wenig Kalzium aufgenommen. Jetzt kann es sein, dass wenig Kalzium im Boden ist oder es ist zu viel Kalium und Magnesium im Boden. Die hemmen die Kalziumaufnahme des Apfelbaums. Deswegen ist immer eine Bodenanalyse ganz sinnvoll. Nach der Bodenanalyse empfiehlt es sich meistens langsam lösliche Dünger zu nutzen. Die werden nicht so schnell durch Starkregen oder durch Regen ausgewaschen. Sie stehen also länger der Pflanze zur Verfügung. Zu den langsam löslichen Düngern gehört auch Kompost. Man sieht hier allerdings, dass hier dieser Dünger Kalkarmon-Salpeter viel mehr Stickstoff enthält als Kompost. Die Nährstoffe sind auch höher bei den anderen Mineraldüngern im Vergleich zu Kompost. Aber dafür hat Kompost wenig Uran je Kilogramm Kompost. Und wenn man den pH-Wert verändern will, bei Sandböden, dann kann man kohlensauren Kalk düngen. Und wenn man einen schweren Boden hat, also Ton zum Beispiel, dann kann man Brandkalk und Löschkalk düngen. Wichtig ist, dass man Kalk nicht zusammen mit Mist ausbringt. Das ist schlecht für das Bodenleben. Und auch Blaukorn, das ist so ein Dünger aus blauen Körnern. Den sollte man nicht oberflächennach aufbringen. Der ist ein schnelllöslicher Dünger und wenn da Frösche drüber laufen, das ist dann ätzend für die. Da wird ihre Schleimhaut weggeätzt. Ja, wichtig ist sozusagen die Bodenart, der pH-Wert, die Fruchtfolge. Und dann muss man auch noch darüber nachdenken, welche Pflanze will denn wie und wann gedüngt werden. Da empfiehlt sich zum Beispiel bei den Zier- und Obstgehölzen im Frühjahr eine 1 cm dicke Kompostschicht aufzubringen. Danach ganzjährig Laubmulch oder Rindenmulch. Im Sommer kann man dann bis Mitte August Kalium düngen. Kalium erhöht die Frosttoleranz bei den Gehölzen. Wenn man Ziergehölze hat, kann man auch noch Guano düngen, das ist Vogelkot. Und bei Obstgehölzen kann man eine selbstgemachte Brennnesseljauche düngen, wo man dann in dieser Jauche ein bisschen Urgesteinsmehl streut. Dadurch stinkt die Jauche auch nicht so sehr. Wenn man auch noch hohe Zierstauden hat, dann kann man im Frühjahr auch Kompost düngen, Hornmehl und Kalium. Und im Sommer Hornmehl oder Brennnesseljauche und ein bisschen Kompost. Kalium ist immer sehr gut für die Blüten. Ich möchte mit Kompost düngen. Wie kann ich den herstellen? Der Komposthaufen muss bei einem halbschartigen feuchten Standort stehen. Der hat eine Fläche von 2 x 1,5 m und er kann maximal 1,50 m hoch werden. Am besten ist es, wenn der Komposthaufen so 80 cm hoch wird, dann braucht man den nicht umlagern. Geeignet ist gesundes Material, also kein Material von der Himbeerrutenkrankheit. Hier sind die Himbeerruten. Erst wird die Himbeerrute so gepunktet, die kriegt dann so lila Flecken und später werden die Flecken grau mit schwarzen Punkten. Also dieses Material nicht nutzen für den Kompost. Dann bitte auch nicht nutzen Weinblätter, die picklig aussehen. Die haben Gallmilben drin. Dann Material, was von Rost befallen ist, auch nicht nutzen und kein Fleisch auf den Kompost tun. Da kommen sonst Ratten. Was sich auch eignet für den Komposthaufen sind Teile von der Wellpappe, die aber nicht bemalt sind oder bedruckt sind. Dann eignet sich auch Kaffee und für die Regenwürmer auch Zwiebelschalen und Kartoffelschalen. Der Komposthaufen ist folgendermaßen aufgebaut. Also bei den untersten 20 cm hat man grobes Material. Das sind so Äste bis 5 cm dick. Und dann kommen 5 cm Kompost und etwas Kalk. Kalk ist gut für die Regenwürmer und auch für die Schnürkelschnecken, die Häuschen haben. Die fressen auch organisches Material. Und bauen das um. Bei der nächsten Schicht, die 20 bis 30 cm dick ist, gibt es gemischte Abfälle. Dann kann man wieder ein bisschen Kompost reintun und etwas Kalk. Man macht immer ein bisschen Kompost rein oder Erde, wenn man keinen Kompost hat, weil da sind Mikroorganismen drin, die dann als erstes schon das organische Material ein bisschen zersetzen. Dann folgen Schichten aus Zweigen und Weichmaterial im Wechsel. Also man kann sich merken, immer eine Schicht braun, das sind diese Zweige und eine Schicht grün, das ist das weiche Material. Dann wieder braun und dann wieder grün. Immer im Wechsel. Zweige müssen rein, damit es ein bisschen lockerer wird, damit Luft reinkommt in den Kompost. Bisschen Kalk kann man auch rein tun. Und dann kommt eine dünne Schicht, ein Erdmantel nämlich und dann die oberste Schicht kommt dann, wo man Gras drauf macht, Laub und Staudenteile, um den ganzen Kompost ein bisschen gegen Verdunstung zu schützen. Nach sechs bis zwölf Monaten ist dann der Kompost fertig. Wenn man zum Beispiel Rückenprobleme hat, kann man sich zum Beispiel ein Hochbeet bauen. Da muss man sich nicht so oft bücken. Wichtig ist, dass das Hochbeet nach Nord-Süd ausgerichtet ist. Hier ist die Nordseite, da ist die Südseite. Und dann kriegen die Pflanzen nämlich von West und Ost gut genug Sonne. Die Beetumrandung kann aus Lärchenholz sein und innen ist es gut, wenn eine Kunststofffolie drin ist, damit das Holz sich nicht so schnell zersetzt. Obendrauf kann auch Vlies liegen. Das ist immer gut gegen Wasserverdunstung und gegen Temperaturschwankungen. Dieses Hochbeet macht auch viel Wärme. Und die kann man auch nutzen, indem man einen Tunnel drüber baut, wie hier zu sehen ist. So wird er gebaut. Das Hochbeet ist etwas anders aufgebaut als da der Kompost zum Beispiel. Unten ist ein Gitter gegen Wühlmäuse, damit die da nicht reinkriechen können, weil die mögen ja Wärme und Trockenheit. Bei den untersten 20 cm hat man grobes Material. Das können auch Äste sein, die so 5 cm dick sind. Dann kommen 10 cm umgedrehte Grassoden. Dann 15 cm feuchtes Laub. Dann 10 cm Grobkompost. Und bei den obersten 20 cm hat man Erde mit Reifkompost. Ja, Hügelbeete sind so ähnlich aufgebaut wie die Hochbeete. Sie sind auf jeden Fall nach Nord-Süd ausgerichtet. Hier ist Nord, da ist Süd. Damit die Pflanzen wieder genug Sonne kriegen von Westen Nord-Osten. Und die Hügelbeete haben eine einfache Holzumrandung. Hier ist nur ein Brett festgemacht, so mit Ästen. Und die Grundfläche ist 1,80 m mal beliebige Länge. Wichtig ist auch hier, dass man manchmal Wühlmausfallen aufstellt. Oder besser, dass man Topinambu in der Nähe pflanzt. Das sind so Fraßpflanzen für Wühlmäuse als Ablenkung. Drumherum habe ich so Holzbretter, die ich dann im Winter hochklappe. Da sind meistens so Nacktschnecken drin. Hier sieht man die. Hier drunter sind Zweige und Stroh und da sammeln die sich gerne. Auch Regenwürmer sammeln sich da gerne. So sieht das Jügelbeet im Sommer aus. Wichtig ist, dass man im ersten Jahr, nachdem man das Jügelbeet aufgebaut hat, Starkzehrer anbaut. Im zweiten Jahr dann Mittelsjahre und im dritten Jahr Schwachzehrer. So ist das Jügelbeet aufgebaut. Man geht etwas in die Tiefe, Tiefe. Man macht ein spartentiefes Loch und tut die Erde in die Nähe des Jügelbeets. Und um dieses Loch am Rand lässt man 50 cm ungefähr. Und dann macht man da sehr grobes Material rein. Da können auch dicke Äste rein. Und das wird dann eine Schicht von 50 cm. Das wird der Ast. Kern und Zweikern. Da drüber kann man eine Schicht machen, die ist 15 cm dick, also aus Grassoden oder Stroh und Gartenabfällen. Und dann da drüber wieder 10 cm Erde. Dann kommt 25 cm feuchtes Laub und dann eventuell Mistkompost, Humus. Und ganz oben tut man die Erde wieder rauf, die man vorher weggegraben hat. Und man lässt eine Gießrille, damit da weniger Erde runterläuft. Es gibt auch Pflanzen, die brauchen wenig Dünger. Zum Beispiel die Pflanzen auf der Kräuterwiese. Um eine anzulegen, braucht man einen unbedeckten Boden. Und wenn man einen schweren Boden hat, wie zum Beispiel Ton- oder Lebenboden, dann kann man Sand einbringen. Bodennah, also oberflächennah. Wichtig ist, dass man diese Fläche nicht düngt. Am Anfang muss man ein paar Wochen wässern, aber dann ist diese Fläche sehr robust, also man muss auch kaum wässern. Und nur zweimal im Jahr wird die Wiese gemäht. Juli bis August und September bis Oktober. Dieses Schnittmaterial kann man ausschütteln, dann gehen die Samen auf den Boden und das Schnittmaterial kann man dann auf den Kompost tun. Es gibt auch Pflanzen, die brauchen saure Erde. Dazu gehören Rhododendron und Heidelbeere. Saueren Boden kriegt man, indem man Nadeln und Laub in den Boden reintut oder in den Wurzelbereich füllt. Dann gibt es Pflanzen, die brauchen sehr heißen Boden und trockenen Boden. Dazu gehören Sedumarten und Kakteen. Da kann man halt Kies auf Vlies tun, damit auch keine anderen tieferen Pflanzen dadurch wachsen. Viele Gärtner haben ja auch viel Rasen und im Sommer muss man da nicht so viel gießen, wenn da Rasen 5 cm hoch ist mindestens. Wichtig im Naturnatengarten ist ein Bodenschutz. Bloß wenn man jetzt so viele Schnecken hat, dann muss man manchmal auch im Notfall Schneckenkorn streuen. Da gibt es welches mit Pheramol. Das ist noch nützlingsschonend. Ansonsten besser ist es für den Boden, wenn man einen Zweighaufen anlegt, der mindestens ein Kubikmeter groß ist. Darunter sind dann Fressfeinde von den Schnecken. Und zwar Igel, Blindschleiche, Tiger, Schnegel. Das ist eine Nacktschnecke, die tigerähnlich aussieht. Und dann Frösche, Erdkröten und Laufkäfer. Man kann auch einen Schneckenzaun aufbauen, da kommen die dann nicht rüber. Oder an Stellen im Garten Pflanzen anbauen, wo denn die Schnecken sind und wo man die absammeln kann. Besonders eignet sich Studentenblumen. Schnecken mögen gerne Studentenblumen. Und wichtig ist es, möglichst morgens zu gießen. Am besten 10 Liter auf einen Quadratmeter in zwei Gaben. Und zu hacken. Durch das Hacken verhindert man die Verdunstung aus tieferen Bodenschichten durch Risse im Boden. Und wenn man morgens auch gießt, dann verdunstet nicht so viel Wasser. Wenn man abends gießt, dann riechen das die Schnecken und sind dort dann im Garten. Schnecken fressen aber auch gerne Löwenzahn, den man ja auch nicht in allzu großen Mengen haben möchte. Und was macht man noch gegen unerwünschte Wildpflanzen? Bei Schachtelhalm zum Beispiel, da kann man mulchen. Der mag gerne sehr hell. Und durch den Mulch wächst er nicht weiter. Man kann immer auch den Schachtelhalm rausziehen. Das bringt aber nichts, weil er zwei Meter tiefe Wurzeln hat. Wenn man eine Fläche hat mit Schachtelhalm, dann kann man da auch andere Pflanzen, Pflanzen, die sehr dicht stehen, damit er auch weniger Licht bekommt. Ja. Gegen Blattläuse kann man auch wieder Zweighaufen nutzen, wo dann auch Marienkäfer Unterschlupf finden. Florfliegen. Die möchten lieber einen Unterschlupf in einem orangen Häuschen haben. Hier ist ein Florfliegenkasten. Die mögen gerne orange oder rot. Und da legen die dann ihre Eier rein in das Heu. Und die Larven der Florfliegen fressen mehr Blattläuse als es die Marienkäfer tun. Gegen Blattläuse helfen auch Tontöpfe für den gemeinen Ohrwurm. Und hier, wie man sieht, die Nistkästen aus Holzbeton. Die sind auch spechtsicher und für Vögel. Und die Nistkästen müssen dann nach Süden oder Osten aufgehängt werden. So, die biologische Vielfalt im Garten kann man auch erhöhen, wenn man ja, so Insektenhotels kauft und aufhängt. Dabei ist es wichtig, dass die Schnittflächen hier bei den Hölzern und bei den Bambusteilchen oder Schilfteilchen glatt sind. Sonst verletzen sich die Bienen an den Flügeln. Und man kann auch noch Kräuter und Rosen und Zielsträucher spät schneiden, im März erst. Dann sind auch die Fröste vorbei und weil da drin Insekten Unterschlupf finden und vor Frost geschützt sind. Wenn man weniger Mücken haben im Garten, dann kann man auch so einen Fledermauskasten aufhängen, in mindestens drei Meter Höhe. Das ist ein Sommerquartier. Es gibt auch noch welche aus Holzbeton. Das sind dann Quartiere zum Vermehren der Fledermäuse. Wenn man dunkles Material hier noch anbringt, dann wird dieser Kasten schön warm. Die Fledermäuse mögen es warm. Weiterhin kann man auch die Vögel füttern durch Drahtspender im Winter. Man sollte aber keinen Weizen benutzen als Vogelfutter. Dann kommen die Ratten auch. Hier sieht man ein Insektenhotel. Manchmal sieht man auch diese Steine mit den großen Löchern. Da sind aber kaum Insekten drin. Die Wildbienen brauchen einen Durchmesser von so einem Loch, was höchstens sechs Millimeter groß ist. Und hier ist ein Sandhaufen. Das ist auch für Wildbienen gut. Die nisten da drin auch. Man muss hier unten bloß fließend tun, damit die Pflanzen von unten da nicht durchwachsen können. Hier ist ein Totholzstamm. Da sind auch Löcher reingebohrt von diesen Seiten. Man bohrt die Löcher nicht von hier. Also wichtig ist, dass die Bohrlöcher immer gegen den Querschnitt von den Jahresringen gehen. Dann, wie gesagt, ist eine kleine Wasserstelle immer wichtig für die Insekten und die Vögel und Igel. Im Süden sollte dann Schülf sein. Und hier wächst dann spät auch Topinambur durch, wodurch diese Wasserstelle gut beschattet ist. Da bilden sich dann wenig Algen. Hier drin sind auch noch Wasserschnecken. Die fressen die Algen. Hier vorne sind noch leere Muscheln. Da nisten Wildbienen drin. Wichtig ist auch noch, dass dieses Wassergefäß mindestens 80 cm tief sein sollte. Dann können auch Frösche da drin im Winter überleben. Hier ist auch ein Teich, den man so kaufen kann im Baumarkt mit mehreren Schichten, wo man auch verschiedene Pflanzen einpflanzen kann. Drumherum hier ist ein bisschen Blutweiderich und Schülf. Man kann da natürlich auch noch viel mehr pflanzen. Um die Insekten auch zu fördern, kann man Spritzmittel vermeiden, indem man robuste Obstgehölze anbaut und die Gehölze gut kombiniert. Spätblühende, wenig pilzanfällige und standortangepasste Obstbäume sind gut. Am besten welche aus der Region. Es sind auch Gehölze gut, die dem Klimawandel angepasst sind. Da erzähle ich noch was später bei den Heckenpflanzen. Eine gute Pflanzenkombination sind Stachelbeeren zusammen mit Johannisbeeren. Und hier sieht man Stachelbeeren zusammen mit Johannisbeeren. Und in der Mitte wächst Ginster, das ist Ginster. Und durch die Kombination der Stachelbeeren mit den Johannisbeeren, kriegen beide Sträucher weniger Pilz. Und der Ginster sammelt auch Stickstoff aus der Luft an den Wurzeln. Und gibt das so ein bisschen an die Gehölze ab. Dann kann man auch noch Beinwell pflanzen. Der holt Kalium aus tieferen Bodenschichten hoch, speichert Kalium in den Blättern. Und ich nehme dann die Blätter und tue die zu den Himmern, damit die gut gedüngt werden. Die mögen viel Kalium. Hier ist auch noch ein Zweigehaufen. Und da drin sind Heidelbeerpflanzen. Die mögen ja auch den Boden. Und wenn die Pflanzen halt standortgerecht gepflanzt werden, dann kriegen die auch kaum Krankheiten. Ja, für die Bienen und Schmetterlinge und Vögel kann man auch noch was tun. Am besten baut man Pflanzen an, die nicht gefüllte Blüten haben. Das heißt, man erkennt noch die Pollen. Manche Pflanzen, die haben riesen Blüten. Und da wurden die Pollen weggezüchtet, um da diese vielen Blütenblätter zu haben. Die bringen aber nicht mehr viel was für Bienen. Und dann baut man am besten früh- und spätblühende Pflanzen an. Frühblüher sind zum Beispiel Krokusse, Wildtulpen und als Strauch jetzt die Kornellkirsche. Die ist auch gut zu schneiden und die wächst sehr langsam. Die ist für alle gut, außer für Raupen. Dann kann man noch die Zwergweide anbauen. Die ist ein Frühblüher und für alle gut, außer für Vögel. Und die ist einen halben Meter hoch und wächst bloß einen Meter breit. Leider mag die mäßig feuchten Boden. Also bei Frühsommertrockenheit muss man doch schon ein bisschen diese Zwergweide gießen. Dann als Spätblüher eignet sich die Fettherne. Die ist eine Zierpflanze mit dicken Blättern. Die ist für alle gut, also für Bienen, Schmetterlinge und Vögel. Und für auch die Raupen der Schmetterlinge. Dann gibt es noch die Nachtkerze. Die ist ein Spätblüher und für alle, außer für Raupen gut. Und die macht auch ganz dicke Wurzeln. Man braucht die kaum gießen. Und dann gibt es noch den Efeu. Da braucht man aber ein Randgerüst. Das ist ein Spätblüher und für alle, außer für Raupen gut. Der ist auch noch gut für Marienkäfer. Ja, hier habe ich Gehölze für Hecken ausgesucht, wo man auch kaum durchschauen kann. Hier ist Ligusta, man kann noch ein bisschen durchschauen. Aber nicht mehr so sehr, wenn hier auch noch Efeu dran wächst. Hier ist auch Ligusta und hier ist Eibe verwachsen mit dem Ligusta. Also bei Eibe sieht man, man kann hier kaum durchschauen. Und alle hier genannten Gehölze sind dem Klimawandel angepasst. Und einheimisch, außer der Feuerdorn, der ist nicht einheimisch. Und Ligusta bietet auch gutes Futter für die Bienen, Schmetterlinge und Vögel. Hat auch eine kurze Zeit nur wenig Blätter. Einbuche, da nisten die Vögel drin. Hat auch nur für kurze Zeit keine Blätter. Und bei der Eibe, die ist halt immer grün, aber leider giftig. Bietet ein Vogelfutter. Und Kirschlorbeer und Thuja sind halt nicht so günstig für die Insekten. Bieten halt wenig. Zusammengefasst kann man sagen, ein naturnaher Garten bringt eine hohe biologische Vielfalt. Wenn man möglichst einheimische, dem Klimawandel angepasste Pflanzen anbaut, Nützlinge unterstützt, indem man denen Unterkünften bietet. Und dadurch muss man auch weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen. Wenn der Boden ganzjährig bedeckt ist durch Mulch oder dichte Bepflanzungen, die auch nach Standort angepasst sind, dann muss man weniger gießen. Es ist gut seltener, aber viel zu gießen, morgens oder abends. Und auch alle drei bis fünf Jahre eine Bodenanalyse zu machen. Dann braucht man auch weniger Düngen, man kauft weniger Erden ein und fährt weniger zu Deponien. Also man spart auch Zeit ein. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Garteln. Hier sind noch meine Literaturangaben. Alles, was ich in Fett markiert habe, ist sehr lesenswert. Das ist das Chancen. In Fertigung des Wetter. Aber derится ein, der war ein, der an den Fertigen, den wir mit dem Färglanden im Garteln am besten, mit der Fertigen, das ist gefährlich. Aber das ist wichtig, dass ich das lich- und das schügel. Das ist wichtig. Und das ist wichtig, dass ich hier in der Fertigen und in der Fertigen, Aber das ist wichtig, dass ich so viel Part 1 und für einoter.